metall liebe mit menschen ja wir wollen uns einen neuen brief holen oder einen alten brief je nachdem wie man das sieht da vorne ist die japanische anlage und ja ja hallo hier war gar nicht lange gewesen ja wie gesagt wenn man das spiel eine weile gespielt hat lernt man ganz einfach die gesamte fauna hassen absolut hasse ich hasse es jetzt dass der beute rucksack schon wieder voll ist ja lass mich doch mal schauen herstellung wir sind ein bisschen komplett voll ja egal also den brief den können wir uns noch holen nein du kannst keine pflanzen mehr pflücken den brief können wir uns noch holen aber das war's dann auch geflissentlich mal wo ist dem gerät lass mich mal schauen naja ok höre ich schon wieder warane schnaufen ich war auf jeden fall oh mein gott ja da ist eine nutruhe mir tut es in der seele weh dass ich nicht darf ich muss da hinten sein da ist eine tür eigentlich soll es hier sein wahrscheinlich ist es unterirdisch selber unterirdisch naja beute rucksack voll ist doch klar ich bin gleich ach guck mal da liegt da ja auch da liegt da das geräusch bin ich toll renns brief und wo ist stimpys brief haha kulturelle referenz mein bruder ito etwas schreckliches ist passiert major boogie hat den verstand verloren und hat auf seine eigenen männer geschossen ich weiß nicht wie das geschehen konnte aber er hat sich mit dem gefreiten tadao gestritten und ihn dann mit der pistole erschossen und dann richtete er das feuer auf uns wir wussten nicht was wir tun sollten man hat uns beigebracht den feind zu töten aber er war doch unser anführer wir haben ihn erschossen ein schenkel ist entzündet und ich kämpfe mit dem fieber es ist nur noch eine handvoll von uns übrig das nachdenken fällt mir schwer mir ist so heiß ich muss meine briefe den gefreiten die sao und kai geben die sind jung und schlau und werden schon dafür sorgen dass meine briefe für dich erreichen lebt wohl es tut mir leid dass wir als kinder so viel gestritten haben gerne wäre ich dir ein besserer bruder gewesen sein bruder ist wahrscheinlich simpi alles klar also da haben wir rents brief und wir haben 25 das heißt ein zehntel ach das ist doch wundervoll relikte haben wir hier auch inzwischen schon 7 von 120 wir sind fast fertig mit dem spiel würde ich sagen ja so wir könnten ja auch mal hier wieder ein bisschen weiter vorlesen nämlich waffen die 911 911 reden wir von einem klassiker der so amerikanisch ist wie apfelkuchen und einwanderungs zäune wunderschön diese halbautomatische pistole im kaliber 45 ist weltweit seit über 100 jahren im einsatz zum glück sind die auf brook island eingesetzten modelle keine billigen chinesischen imitate diese maßgefertigte 900 1911 war die von einem reichen einheimischen für seine privat army gekauft wurden sind quasi identisch mit denen einiger us sondereinsatzkräfte super ja hier funktioniert das scrollrad wieder nicht ach es ist wunderschön ich werde jetzt nicht alle vorlesen wir machen mal 66 pro prozent ak 47 die gute alte kalaschnikow als arbeitspferd von armeen milizen und terrorgruppen in der ganzen welt ist das ak 47 ein sturmgewehr eine institution und ein symbol die waffe wurde von den kommis im rahmen eines wettbewerbs entwickelt das stimmt sogar der gewinner erhielt eine freundliche gehirnwäsche stimmt das das weiß ich eben nicht so etwas kann sehr entspannt sein wenn sie richtig durchgeführt wird hat komischen humor c4 da werden wir auch noch spaß mit haben wenn du etwas zu sprengen willst oder eine brustvergrößerung op durchführen willst ist der gute alte plastik sprengstoff c4 immer eine gute wahl ja es stimmt granate das ist ein multikulturelles potpourri fast alle splittergranaten auf rück eilen stammen aus amerikanischer herstellung und sind nach dem falkland krieg von den briten zurückgelassen worden dann wurden sie von argentinischen truppen gestohlen und an südamerikanische piraten verkauft die piraten zogen nach rück island um wo sie von was männern getötet wurden als ein waffengeschäft schief lief in arizona nennt man so etwas einwanderungsreform alter schwede also dann m 133 die m 133 ist eine russische vorderschaft repetierflinte oder pump action shotgun ja gott sei dank man gibt es die pump gun nicht zu verwechseln mit natascha die russische pump action unten am hafen betreibt alter schwede die waffe wurde für zivile und polizeiliche zwecke entwickelt da sie relativ günstig ist wurde sie massenweise von wars und seinen piraten gekauft interessante pump action also die letzte annäherungsmine diese minen verfügen über bewegungs verfügen über bewegungssensoren statt sich auf stolperdrähte zu verlassen klingt nach dem garagenöffner meiner ex-frau hey da kommt die idee so das sind die ersten sechs wie viel haben wir noch vielleicht mache ich jedoch fertig es sind noch fünf machen wir das monathoff die brandgranate die brandgranate des armen mannes monathoff cocktails sind fies billig und effektiv dieses feuer in der flasche kann aus allen brennbaren flüssigkeiten einer glasflasche und einem stück stoff hergestellt werden wenn man bedenkt wie viel ist wie viel die inselbewohner trinken ist es kein wunder dass es die alle nötigen rohstoffe im überfluss gibt es eine säuferinsel m 700 die amerikaner benutzen das m 700 repetier gewährt gewährt bolt action rifle seit dem ersten einsatz im jahre 1962 ununterbrochen inzwischen ist es um den ganzen globus gegangen und wurde in vietnam dem irak in afghanistan einge und in afghanistan eingesetzt vorlesen ist irgendwie nicht gut wenn man schon so viel kaffee drin hat skorpion die tschechen machen tolle puppen pornos und diese maschinenpistole die osteuropäischen gangstern seit dem sommer der liebe hilft spray and pray zu praktizieren die meisten der vz 61 auf rock island wurden bei einem second hand waffenhändler aus libyen gekauft bei ihm heißt das bei ihm heißt das liefer ihm zwei hände und du kriegst eine waffe fragt mich nicht was er mit den ganzen händen anstellt ja svd so gut das sind die waffen als nächstes kommen die fahrzeuge die machen wir dann nächstes mal wahrscheinlich in der nächsten aufnahmesitzung irgendwann werden wir das ausrufezeichen weg haben also ich kann jetzt die truhen hier nicht plündern erhalt was machst du denn wir gehen auf die karte der vier tun fing der fing derer müssen wir dann irgendwann wieder hierher wir erfahren nach anunnaki zum handeln und ich guck dann gleich mal ob wir schon irgendeine ecke haben wo dingos rumlaufen ich habe nämlich langsam diese dieses enge inventar sagt wenn du verstehst ich meine den balk verkauf 265 bocken am start so die will ich immer noch nicht haben denn wir können auch nichts damit anfangen das wird sich mal ändern aber da die pflanzen immer wieder nachwachsen das wort kommt ein grünes verkaufen war ein gelbes verkaufen war auch und die fälle ich glaube die brauchen wir nicht mehr das ist viel zu viel material was wir hier am start haben als tapiere können wir mal wieder jagen kommt noch ein paar kühle so haben wir noch 18 plätze frei erhalten noch mal money auffrischen ein bilder koste aber gut so jetzt noch 2000 ok dann würde ich doch sagen noch mal noch folgendes konsum artikel der körperpanzer ist weil wir nur von tieren gekillt wurden mehr geht dann auch noch nicht ich glaube das hier ist dann schon irgendwie die andere insel woher ich das weiß nein ich habe das spiel nicht durchgespielt bei weitem nicht muss man aber auch nicht haben weißt du was ich mache mich mal lächerlich ich weiß nicht mehr ganz genau wie es läuft du bekommst fünf messer und ich bekomme fünf messer ich werfe aufs ziel und du wirst machst du mehr punkte als ich gewinnst du naja es ist ein bisschen bescheuert das teil weil das solle ja ich weiß nicht mehr ganz genau wie es ging ok warte mal er hat schon 25 punkte gemacht alter der ist gut so knapp das war das war ins ins weltall geschossen digger ich kann das halt nicht alter noch mal fünf punkte der typ ich glaube beim ersten mal gewinnt ja immer du bist besser als ich dachte weil ich daneben geschmissen habe ja ich glaube die ansagen sind total random hatte ich schon hier ist an knapp aber knapp daneben ist auch vorbei ich weiß nicht wie viele messer jetzt geworfen werden aber ich glaube das ist das letzte und ich habe dann 50 ocken verloren das soll ich habe eigentlich gedacht dass ich das eben richtig gemacht hätte bin ich nicht ganz daneben hast du mehr glück ja tschau ja tschau nee nee nicht noch mal nach ein versuchen nö nö tschau so ich wollte mal gucken denn es gibt dinge die mir um einiges wichtiger sind äh nein also ich sehe jetzt hier noch keine dingo gebiete und ich sehe nur tiger keine leoparden was war das hier oben noch ach so ja das ist ja das ist das aktuelle ziel ja nee aber das mache ich jetzt nicht nämlich feige folge tempel tor weg ach so ja zwar ja auch noch wollen die außenposten hier noch machen ich habe klippen aussichtspunkt und der ist krass dann würde ich schon eher sagen die turm hier hinten den funkturm ok machen wir den mal ja so ich bräuchte ein auto das wäre ganz angebracht übrigens in den autos gibt es hier auch manchmal reggae und manchmal hula hula musik also die autoradios aber ich weiß halt nicht ich glaube dann genau so schnell claim wie mit fallout new vegas wenn man dort das radio laufen lässt da wurden alle folgen geklappt in denen ich das radio nicht abgeschaltet ja insofern wieder mal ein spiel wo ich ja gezwungen bin eigene musik rein zu machen weil ich ansonsten ja quasi die musikindustrie ständig unterstütze und zwar die alten dinosaurier ich habe ja nichts dagegen künstler zu unterstützen deren musik ich verwende in meinen videos aber erstes mal will ich das freiwillig tun können und mich dazu bezogen werden und zweitens mal diese alten dinosaurier irgendwie wie warner und so weiter finde ich einfach nicht gut um die zu unterstützen ich fahr direkt zu schöner bambuswald hier wieder ich will das werden jetzt nicht machen ich will nur gucken nicht dass ich irgendwo rein fahre auszusehen ja hier vorne geht es dann schon in feindes land rein ja das wäre sicherlich gut jetzt hier in rennen zu fahren ne also renten fahren oder übergabe geschichten machen mag ich eigentlich nur wenn das gebiet bereits grün und nicht mehr rot ist ich steig mal aus ist besser so wie weit sind wir denn ja alles gut also das unerkundete gebiet mit dem auto zu befahren ist keine gute idee ok ich könnte jetzt hier auch von tieren platt gemacht werden ist klar aber die chancen halt in eine patrouille rein zu fahren sind halt größer sagte er und wurde von einem tiger gefressen da haben wir doch schon oh ja da oben mal wildschweine hältst du mal das maul du blödes schwein warte mal den markiere ich mal ja in den schädel du bist wie ja da unten fährts ein komisches boot lang in den arsch Was mit dir kaputt? Den hole ich mir. Tschüss. Aua. Alter. Und übrigens da diese eingeblendeten Worte, das ist manchmal sehr, sehr lustig. Was da für Kombinationen kommen, wie Lecke, Mutter und so. Äh. Ach ne, muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. Ja, ich bin wahrscheinlich wieder in Anunnaki, ne? Nö. Gar nicht. Äh, Anunnaki Außenposten wahrscheinlich, ne? Stimmt doch, oder? Äh. Ja, Anunnaki Außenposten. Ja, das ist jetzt mal sehr unschön gewesen. Alter, ich wollte ins Wasser springen. Ich wollte ins Wasser springen und spring stattdessen auf den Strand. Ist ja toll. Äh. Lass mal ne Handspritze in die Hand nehmen. Und dann, hui, raus hier. Äh. Und in welche Richtung müssen wir denn natürlich in die entgegengesetzte von wo ich jetzt bin. Ist klar. Ähm. Gut. Wir gehen zu Fuß. Denn ihr habt ja gesehen, da ist eine recht gute Frequenz an, äh, Booten und Autos, die da durch die Gegend fahren. Und auch. Also, äh, ich finde das immer wieder etwas unangenehm, wenn ich mit einem Fahrzeug unterwegs bin und dann macht es auf einmal. Da ist der Schweinehund. Oder sie fangen gleich an zu schießen. Ja. Ja. Den Kacktiger, äh. Äh. Ja. Er hätte besser laufen können. Ops. Wer hat mich denn da schon wieder ins Blickfeld bekommen? Wiste, das ist das, was ich meine. Äh, nicht da unten zu dem Gebäude. Die Gebäude hier sind allesamt noch geclaimt. Ach du Scheiße, da ist er schon wieder, der Kacktiger. Wenn ich den markieren könnte, würde ich das mal machen. Na, jetzt ist er außen. Ui. Ja. Ich wäre beinahe wieder zur Trübe gestürzt. Ich bin ja. Ich bedanke mich. Ich bin ja. Ich bin ja. Wie gesagt. Gargit, bis zu dennoch. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja, dass es nicht so sch documentaries gesehen wird. Ich bin ja. Der Tag. Ich bin ja. Untertitelung des ZDF, 2020